Yo, Leute! Blackies wieder hier. Und ja, wir machen hier weiter bei Terranigma. Und mir ist eingefallen, dass ich noch zu Melina muss, denn vielleicht ist sie ja fertig mit ihrem Webdingens. Und so. Ja, gehen wir einfach mal hin. Melina! Melina, Melina, Melina! Uh! Dieser Fahnen! Er ist wundervoll! Er ist ein Kristallfahnen. Kann ich ihn haben? Warte mal. Kristallfahnen? Achso, den hab ich gefunden. Ja, genau. Okay, wir sollen nach Hause gehen, denn wir sehen müde aus. Alles klar. Hühners. Hühners, Hühners, Hühners. Hühners, 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 Hühners. Oh, ich bin ja schon viel zu weit. Ich bin schon viel zu weit. Nicht gut. Gar nicht gut. Okay, so, das war hier oben. Und dann hier rein. Und dann hier. Alles klar, so. Schlafen! Es ist Schlafen-Time. Ey, Leute, der schläft echt. Ist das geil. Und nun? Aber weißt du was? So Melina, den Namen. So, Melina! Da kann man voll so hinterher schreien. So, Melina! Oh mein Gott, der träumt ja richtig geil. Was? Schon wach? Lol. Ich speichere einfach mal. Lol. So. Nils, Level 6. Zeit, keine Ahnung. Und ihr wisst schon. Wie alle pennen. Der Boden ist hart. Lol. Da kocht immer noch alles. Wie, und was ist nun in der Nacht? Lol. Das ist irgendwie cool, so in der Nacht. Oh, die Hühner! Warte auf mich, ich werde dich aus dem Eis befreien. Hallo, Mädels. Achso, die sind ja auch noch, ja. Mal gucken, was Melina macht. Abends. Im Dunkeln. Die ist immer noch da. Lol. Ja, und nun? Äh. Ihr Götter, erhöret mich, ihr Mächtigen. Ich flehe euch an. Schützt Nils vor Verletzungen. Und bitte, bringt ihn bald wieder zurück. Oh. Was ist los? Kannst du nicht schlafen? Deine Weste ist fast fertig. Morgen hast du sie. Nils, ruhe dich etwas aus. Ich hoffe, du wirst mich nicht verlassen, wenn die Weste fertig ist. Nils! Das wirst du doch nicht tun, oder? Ich glaube, ich muss sie verlassen. Weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass unsere Welt nicht die einzige ist. Es muss da draußen mehr geben. Viel mehr. Ich verstehe. Nils, du bist anders als die übrigen Leute des Dorfes. Vergiss nie, dass ich immer bei dir bin. Egal, wo du bist. Vergiss das bitte nicht. Du hast noch etwas Zeit. Ruhe dich aus, bevor du gehst. Komm morgen früh wieder. Ich werde dich warten. Äh. Er warten. Loll. Okay. Komm mal. Ich muss schlafen gehen. Loll. Ne. Yeah. Und es wird dunkel und es wird hell. Oh mein Gott, der ist auf dem Mohr und ist ja geil. Was hat denn der geträumt, ey? Guckt. Habt ihr gesehen, wie der da liegt, ey? Leute, ich will gar nicht wissen, wovon er geträumt hat. Ah, Äpfel, Äpfel, Äpfel. Nils, das habe ich gesehen. Freu dich. Mein Essen. Loll. Hühnchen. Ja, die Hühnchen, die werde ich bald retten. Die Hühnchen sind cool. Äh, wieso? Boah, ich wollte gerade sagen, wieso komme ich da nicht rein? Melina. Hallo, Melina. Na, Nils, hast du gut geschlafen? Hier, nimm dies. Die Weste ist robust und widerstandsfähig. Bei wem betete ich, dass dir nichts passiert? Sie wird dir gute Dienste leisten. Trage sie, wenn du in Gefahr bist. Okay. Sie wird für mich beten. Ja, kann so ruhig nochmal stricken gehen. Sei vorsichtig, ich werde für dich beten. Ja, schon wieder betet sie für mich. Kannst auch gleich irgendwie dein DS rausholen und DS zocken hier. Äh, nee, das war falsch. So. Ich rüste mir die Weste aus. Oh, die ist da unten. Das heißt... Was, was macht der da? Fluffy, mach keinen Scheiß. Achso, ich drücke immer B. Äh, lol. So. Die Titanen... Äh, toll, jetzt habe ich diese komische andere Weste, die ich habe, voll umsonst gekauft. Das ist jetzt voll doof. Aber naja. Egal, ist egal, ist nicht so wichtig. So, jetzt mache ich mich auf den Weg zum fünften Ton. Na, 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 na. Wuhu. Okay, so. Alles klar, dann muss ich jetzt hier lang. Hust, hust. Und der Turm ist wahrscheinlich noch weiter rechts. Also, hier. Hier irgendwo würde er bestimmt sein. Ja, lol. Ja, und hier ist er auch, der fünfte Turm. Oder? Ja, Turm 5. Alles klar, Leute. Ich bin da bei Turm 5. Wuhu. So. Er start. Was? Hä? Oh, ein Wächter. Und nun? Die Titanium-Weste hatte ich bewahrt. Aha, okay. Ah, cool. Ich glaube, ich musste die Titanium-Weste sogar holen. Denn sonst wäre ich hier nicht weitergekommen. Na, das ist ja mal cool. Ja, toll. Ich renne genau rein. Ich bin so doof. Wow. Tch. Ich weiß, ich bin gemein. Zwei Magier. Wie toll. Und ich gehe natürlich immer weiter nach oben und... Wächter! Warum kille ich die eigentlich nicht? Naja, gut, weil ich jetzt hier reingehe. So, was jetzt? Was? Okay, ich bin wieder unten. Das war... dumm von mir. Das war sehr dumm von mir. Ich kläre einfach nochmal alle Monster. Habe ja auch nichts Besseres zu tun, als alle Monster zu killen. Lol. Ne, ernsthaft. Ja, die Magier hier. Die sind nochmal so freundlich zu mir. Und dann haben wir hier die Wächter. Wow. Okay, welcher Nummer eins ist tot. Und welcher Nummer zwei ist auch tot. Ja, und nun? Irgendwas muss ich doch... Kann ich hier... Ah, verstehe. Noch... Ah, was... Dies ist deine letzte Aufgabe. Geh nun. Ich habe Angst. Warte mal. Jetzt kommt... Okay. Ne, ist mir... Ah! Ah, okay. Leute, ich habe Angst. Ich habe Angst, Leute. Ach, du Kacke. Oh, fuck. Lol. Ähm. Wie, was willst du? Stopp. Ach, du Kacke. Ist der stark. Äh. Aber, Leute, das ist was. Ich mache jetzt Pause. Und im nächsten Video kämpfe ich gegen den. Äh, gegen die Spinne. Was auch immer das sein soll. Also sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.